Hallo und herzlich willkommen bei Gizmodo. Ich bin hier auf der CES in Las Vegas, hinter mir, wie man unschwer erkennen kann, die Luxor-Pyramide und war soeben auf der Samsung-Pressekonferenz. Ja, da freue ich mich ja immer. Samsung als Technologieführer in einigen Bereichen, machen meistens ganz nette Pressekonferenzen. Ich erinnere mich da auch noch an die IFA-Pressekonferenz, wo sie einige echt spannende Sachen rausgehauen haben. Das war diesmal nicht der Fall. Es hatte eigentlich gar keinen Mobile-Ansatz. Es gab kein Smartphone, kein Tablet, kein Wearable oder irgendwas in der Richtung. Das einzige, was vielleicht noch am nächsten rankommt und was auch vorgestellt wurde, hat Samsung in einem einzigen Satz abgefeiert und zwar ist das die Samsung SSD T1 und sie könnte auch 1TB heißen. Sie umfasst nämlich 1TB, ist dabei aber nicht sehr viel größer als normale Kreditkarte, ein bisschen dicker dann natürlich schon. Also schon ordentliche Kapazität für so ein kleines Gerät, auch bis zu viermal schneller als übliche externe Festplatten. Könnte ganz spannend werden. Ja, der Rest von der Pressekonferenz ging um Fernseher und um Küchengeräte. Ich fange jetzt mal mit den Fernsehern an. Und zwar haben sie jetzt ihre UHD-Reihe erweitert mit SUHD. Das fängt an, oder ist die Größe glaube ich, ist 88 Zoll. Wirklich gute Blickwinkel und gute Kontraste und sehr hell soll das Teil sein. Sie haben es sogar schon mit OLED verglichen. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, der Vergleich weiß ich nicht. Werde ich mir dann mal auf der CES anschauen. Vielleicht stehen die ja nicht allzu weit voneinander, dann werde ich mir da selber mal einen Eindruck davon machen. Ja, es ist eine eigene Technologie, auf die sind sie ganz besonders stolz. Dafür haben sie auch eine SUHD Alliance ins Leben gerufen, um einheitliche Standards zu schaffen. Haben da schon einige große Partner mit an Bord geholt. Ja, könnte vielleicht sogar ganz spannend werden. Ja, was sie dann übrigens auch noch vorgestellt haben, weil da haben sie extra auch noch einen Designer mit auf die Bühne geholt. Ein extra designten SUHD Curved Fernseher, nämlich der 88 Zoll Fernseher. Riesenteil und steht auf einem, ja auf einem Kasten, auf einem Quadrat. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Also ich finde das optisch nicht so gelungen, aber ich bin ja auch nicht das Maß aller Geschmacksdinge. Also vielleicht ist es ja auch ganz toll und nur mir gefällt es nicht. Naja, wie auch immer. Smart TV. Ganz interessant. Ab sofort alle neuen Smart TVs von Samsung werden mit Tyson im Hintergrund laufen. Natürlich auch die Benutzeroberfläche überarbeitet. Neue Funktionen, zum Beispiel zusätzliche Infos bei, wenn eine Sportsendung läuft. Ja, jetzt kommen wir dann auch schon zu den Küchengeräten. Samsung nennt das Chef Collection und ja, das umfasst verschiedene Geräte. Zum einen, was ich vielleicht auch noch am spannendsten fand, umfasst es einen, ja Herd, der heißt, oder einen Ofen. Ein Ofen ist es. Das heißt Flex Duo. Der besitzt zwei Türen und dann kann man so einen Trenner reintun und dann nur eine von denen nutzen und praktisch nur einen aufmachen oder diesen Trenner weg tun und die ganz normale große Klappe aufmachen und normal den ganzen Raum nutzen. Also gut, vielleicht tatsächlich gut für Köche. Kein Plan. Für Nachwuchsköche hat Samsung jetzt eine Chef-App herausgebracht. Dort sollen regelmäßig Michelin Sterne Köche ihre Lieblingsgerichte zum Nachkochen veröffentlichen, also eine Samsung-App-Veröffentlichungen. Ja, was gab es noch? Es war noch eine Waschmaschine dabei, so ein Toploader und außerdem ein Staubsauger-Roboter. Ja, das war es tatsächlich. 55 Minuten lang haben sie uns davon erzählt. Also ich bin ehrlich gesagt ja jetzt nicht ganz so begeistert, auch wenn es bestimmt schon ganz gute Geräte sind. Aber was will uns Samsung damit sagen? Warum stellen sie keine Mobile-Geräte vor? Liegt das tatsächlich an der CES? Also ich könnte es mir schon tatsächlich vorstellen. Ich meine, das ist nie mehr so lange hin, nur noch knapp zwei Monate bis zum MWC. Dort wird Samsung bestimmt wieder ganz viele Mobile-Geräte zeigen. Es ist auch nicht so lange her, dass die IFA war. Da hat Samsung auch durchaus ein Feuerwerk abgebrannt. Dann war jetzt natürlich auch erstes Weihnachtsgeschäft. Vielleicht setzt Samsung jetzt mittlerweile auch seine Prioritäten ein bisschen anders und stellt die CES ein bisschen hinten an. Also mich würde auch eure Meinung dazu interessieren. Wie fandet ihr die Pressekonferenz? Wie fandet ihr die vorgestellten Produkte? Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich lese es damit gerne durch und antworte auch gerne. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Danke, das war Matthias für Gesmodo.